Musik Nach drei Jahren im klassischen Gymnasium habe ich mich selber weiterentwickelt und mein Horizont hat sich sehr erweitert. Ich würde diese Schule jedem empfehlen, der an Geschichte bzw. der Antike interessiert ist und sich auch gerne mit Philosophie und Politik beschäftigt. Also ich habe das klassische Gymnasium ausgewählt, weil es eine gute Allgemeinbildung bietet und ermöglicht eine Vielzahl sehr interessanter Berufe zu lernen. Ich habe das klassische ausgesucht, da es eben eine sehr gute Basis bietet und später dann in den verschiedenen Studiengängen eine große Hilfe ist, da man eben von den griechischen Lateinvokabeln sehr viel ableiten kann, welches einem dann das spätere Lernen erleichtert. Mit dem klassischen verbinde ich Bildung, Diskussion und ein großartiges Miteinander. Am besten gefällt mir, dass wir in Latein und Allgriechisch nicht nur die ganze Zeit Vokabeln und Grammatik lernen, sondern auch viel über das damalige Leben und die geschichtlichen Hintergründe erfahren. Das gestaltet den Unterricht nämlich deutlich interessanter. Durch den kulturgeschichtlichen Teil kommt dann auch zum Ausdruck, wie sehr diese zwei alten Kulturen unser Leben auch heute noch beeinflusst. Was mir an unserer Schule besonders gut gefällt, ist, dass wir nicht nur mit Klassen aus unserer eigenen Schule interagieren, sondern auch die Möglichkeit bekommen, mit Schulen aus anderen Ländern zusammenzuarbeiten. So zum Beispiel beim Erasmus Plus Projekt, an dem ich auch teilgenommen habe. Dafür bin ich dann mit einer kleinen Gruppe nach Thessaloniki in Griechenland geflogen, wo wir an Workshops zur Demokratie und deren Gefährdungen teilgenommen haben. Für mich persönlich sind es nicht konkret die Lerninhalte, sondern vielmehr die Fähigkeiten, welche anhand dieser vermittelt werden, die das klassische Gymnasium ausmachen und auszeichnen. Ich habe mich vor zwei Jahren für diese Schule entschieden, mit dem Wissen, dass mich ein sehr anspruchsvoller Unterricht erwarten würde und ich wurde diesbezüglich auch nicht enttäuscht. Die Professoren und Professorinnen sind jedoch sehr verständnisvoll und achten immer sehr darauf, dass man nie den Spaß an der ganzen Sache verliert. Außerdem ist es auch relativ einfach, sich an den anstrengenden Lernrhythmus zu gewöhnen. Außerdem schätze ich im Klassischen dieses besondere Klima, die Atmosphäre. Alle sind so vertraut, beziehungsweise es gibt eine gute Gemeinschaft. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Schule und auch in meinem Klassenraum. Und das ist sehr wichtig, denn wenn man sich wohlfühlt, dann vergehen die Jahre wie im Flug. In unserer Schule entwickelt man sich nicht nur auf intellektueller Ebene weiter, sondern auch auf menschlicher Ebene. Und so wird man perfekt auf das Leben nach der Schule, also auf das Studium und das Berufsleben vorbereitet. Und gerade bei solchen Themen, die eben die Basis unserer Kultur bilden, eben die Demokratie, die Basis unseres Rechtswesens oder philosophischen Gedankengängen, die eben heute immer noch Anwendung finden, bekommt man durch die klassische Bildung einen völlig anderen Zugang. Und das ist eben nicht nur Wissen, das man gewinnt, sondern auch ein Verständnis, das einen als Menschen prägt. Bist du wie ein Schlafwandler durch die Welt irren oder die Augen öffnen, dann fünf Jahre ein klassisches. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020